Willkommen in Fechners Universum, der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Sei der Welt ein Licht. Hallo ihr lieben Zuhörer in nah und fern, in wo immer ihr jetzt auch zugeschaltet seid. Ich freue mich, dass du wieder hier bei mir gelandet bist in Fechners Universum. Mein Name ist Sven Fechner und ich begrüße dich bei Eka Schuschen im Herzen der Menschen Freude bereiten. Heute möchte ich mit euch über einen Satz sprechen, der mir immer mal wieder vorkommt, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und manchmal denke ich so, irgendwie ist das aber auch wirklich sehr flach, aber auch sehr tief. Und es ist dieser Satz, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Und ich habe überlegt, darüber möchte ich gerne mit euch kurz ein paar Minuten philosophieren. Und ja, das kann als eine ziemliche zynische Art und Weise aufgefasst werden und hat auch so einen Anstrich von Flachlandspiritualität. Aber eigentlich ist da eine ganz, ganz tiefe, schöne Message hinter. Wenn man sich nämlich in der Natur mal umschaut, wendet, gerade jetzt geht das bald los, sich alles, was existiert, alles, was lebt oder sehr, sehr viel zumindest, der Sonne zu. Ja, also die Sonne ist sozusagen die Urquelle, durch die hier auf diesem Planeten Leben überhaupt erst möglich ist. Und von daher ist das erstmal was sehr, sehr Schönes. Jeder von euch kennt das, wenn ihr in der Sonne liegt, gerade jetzt, wenn die ersten Sonnenstrahlen nach diesem Winter rauskommen. Man merkt richtig, wie man aufgeladen wird, also wie man in irgendeiner Form auch von der Sonne sehr, sehr abhängig ist. Und wenn ich mich der Sonne zuwende, wenn ich ein Sonnenbad nehme, wenn ich täglich, ja, meine Haut auch der Sonne ausliefere, dann wird das Vitamin D in meinem Körper verstärkt und produziert, was mein Immunsystem stärkt, was ganz viele Prozesse auch in Gang bringt und für Stabilität sorgt. Und das finde ich schon sehr spannend. Und wenn ich das jetzt mal auf meine spirituelle Praxis beziehe, dann finde ich das schon auch wirklich ein tolles Konzept. Weil genau das mache ich zumindest in meiner Meditationspraxis, in meinem buddhistischen Mantra-Singen. Klammer auf, es gibt natürlich viele, viele verschiedene Meditationen. Also es gibt stille Meditationen, es gibt Atem-Meditationen, es gibt Körper-Meditationen. Und meine Meditation ist im Prinzip nichts anderes, als sich der inneren, beziehungsweise der äußeren Sonne zuzuwenden, nämlich der Buddha-Natur. Im Lotus-Sutra wird erklärt, dass jeder von uns diese Buddha-Natur in sich hat, beziehungsweise das Potenzial hat, sie zu entfalten, zu öffnen, wiederzubeleben. Myo heißt, Myo in dem Mantra Nam-myoho-renge-kyo heißt öffnen, wiederbeleben, vollkommen ausgestattet sein. Und dass wir die Möglichkeit haben, eigentlich in jedem Moment das Licht in uns, die Sonne, die Urquelle, die Buddha-Natur, wie man es auch immer nennen möchte, anzumachen, durch das Meditieren, durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo. Nämlich Nam heißt, ich widme mich. Und von daher, wenn wir das machen, aktivieren wir sozusagen, wenden wir uns bildlich gesprochen der Sonne zu. Und dadurch haben wir ganz, ganz viele positive Effekte in unserem System. Also das Gemüt wird heller, die Psyche wird wacher, lebensfreudiger. Jeder von uns kennt das oder jeder hat sowas schon mal erlebt. Der Körper wird kräftiger, er sieht, naja, bekommt so eine leichte Bräune, das sieht gut aus. Und genau das passiert eigentlich auch, wenn wir das Lotus-Sutra praktizieren. Wir schalten die Sonne an, wir aktivieren alle, alle Eigenschaften, die uns stark und stabil und lebendig machen in unserem Leben. Und das ist schon eine tolle Sache. Ich möchte euch gerne ein Gedicht mit auf den Weg geben, wo eigentlich jeder Satz es wert ist, eine Folge zu machen. Das mache ich vielleicht sogar. Und zwar von meinem hochverehrten, einer meiner hochverehrten, großartigen Inspirierer in meinem Leben, Daisaku Ikeda, der mittlerweile hochbetagt ist, über 90. Und als Ehrenpräsident, der der Sukakakai International quasi sich aus der Öffentlichkeit auch zurückgezogen hat, beziehungsweise nicht mehr sehr präsent ist, aber in den letzten 90 Jahren so viel hinterlassen hat, weil der fing mit Anfang 20 an, das Lotus-Sutra zu praktizieren und auch viele Bücher geschrieben hat. Gedichte, alles mögliche, viele, viele Fotos, ein toller Fotograf. Und ich möchte euch heute passend zu dem Spruch, wende dein Gesicht der Sonne zu, sonst, dann fallen die Schatten hinter dich. Folgendes Gedicht vorlesen. Der Reichtum des Lebens. Heute widme ich mein Leben erneut für Kosen-Rufu. Ich würde das kurz aktualisieren für heute, für unser Thema. Heute widme ich mein Leben erneut der Sonne in mir. Ich wende mein Gesicht, mein ganzes Sein, meinen Bewusstseinsstrom der Sonne zu. Und dann schreibt er weiter, um stark zu sein, so dass nichts meinen inneren Frieden beunruhigen kann. Um jedem Menschen, dem ich begegne, Gesundheit, Glück und Hoffnung zuzusprechen. Um meine Freunde fühlen zu lassen, dass es etwas Gutes und Schönes in ihnen gibt. Um die sonnige Seite der Dinge zu sehen und im Leben optimistisch zu sein. Um immer das Beste zu denken und danach zu streben, das Beste zu tun und zu erwarten. Um die Fehler der Vergangenheit zu vergessen. Um größere Errungenschaften in der Zukunft voranzutreiben. Um so viel Zeit für die eigene Vervollkommnung zu geben, dass ich keine Zeit habe, andere zu kritisieren. Um zu stark für Angst, zu freundlich für Ärger und zu glücklich für Sorgen zu sein. Um mein Herz im Glauben jeden Tag zu erheben, damit der Gehonson, also die Buddha-Natur, die Urquelle, die Sonne, der Lebensfunke, damit der Gehonson in meinem Leben sichtbar wird. Ich mag das immer wieder sehr, weil das genau passiert, wenn wir uns einer meditativen Praxis widmen. Die Schatten sind nicht weg und die sollen auch nicht, wenn wir uns der Sonne und unserer Buddha-Natur zuwenden, ignoriert oder verdrängt werden. Aber wenn wir das regelmäßig machen, morgens und abends, idealerweise ein paar Minuten, 10, 20, 30 Minuten, dann verändert sich unser Leben maßgeblich. Und dazu möchte ich euch heute einladen und euch die Frage stellen, wie lasst ihr die Sonne in euer Leben? Was sind eure Möglichkeiten, eure Tools, eure Meditationen, um diese Urenergie, diesen ursprünglichen Zustand des Lichts in euch zu aktivieren? Ja, soweit erstmal für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, kommt gut durch diesen Tag. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, liked, gerne weiter teilt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Ciao. Sei der Welt ein Licht. Du, ich, du, ich, du.